Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz an der Sicht des Spiels 1.8 Norderstedt gegen Dremershau. Und ich will den Gästetrainer um sein Wort. Ich denke unterm Strich ein leistungsgerechtes 0-0 und dem Tabellenstand auch entsprechendes 0-0. Ich denke, es war kein Fußballleckerwissen. Beide Mannschaften haben sich ein bisschen schwärgt mit dem Ball. Wir vor allen Dingen in der 1. Halbzeit haben kaum Ideen entwickelt, uns wirklich Torchancen herauszuspielen. Da haben wir versucht, in der 2. Halbzeit etwas umzustellen, weil das Spiel einfach zu statisch war in der 1. Halbzeit. Es war sehr erwartbar, was wir vorhaben. Daher haben wir das nochmal schnell gut wegverteidigt, haben wir in der Halbzeit etwas umgestellt, ein bisschen was angepasst, was die Positionierung angeht. Wir hatten dann mehr Spielanteile, die wir aber jetzt auch nicht wirklich in zwingende Torchancen herausspielen konnten. Ich denke, beide Mannschaften waren eher, wenn dann über den ruhenden Ball gefährlich oder haben sich was gehofft. Daher denke ich, am Ende 0-0. Den Punkt nehmen wir mit und dann greifen wir am Wochenende wieder an. Vielen Dank. Danke. Dann bitte ich unseren Trainer. Wir sind nicht zufrieden, aber vielleicht am Ende nicht zufrieden mit dem Ergebnis, sondern nicht zufrieden mit dem Gesamtauftritt. Ich glaube, wir haben deutlich höhere Erwartungen an unser Spiel mit dem Ball gehabt. Ich glaube, die Möglichkeiten waren da. Wir haben heute nach Ballgewinn nicht immer die richtigen Räume gespielt, nicht immer glückliche Entscheidungen getroffen, nicht zwingend genug gewesen. Und was Großchancen angeht, auch einfach sehr chancenarm das Spiel gestaltet, nicht immer zwingend. Und die Momente, die wir hatten, sind dann versprungen. Wir haben leicht in den Rücken gespielt worden, dass wir das akzeptieren müssen, dass wir weiter dran sind, weiter dran arbeiten. Unser Spiel mit dem Ball, das Spiel auch zum Tor aus einem geordneten Spiel auch besser zu gestalten, um den Gegner mehr vor Probleme zu stellen. Trotz alledem haben wir auch gute Eigenschaften heute einen Tag gelegt. Die Mannschaft war gewillt, war leidenschaftlich und auch bereit, gegen den Ball viel zu investieren. Ich glaube, auf beiden Seiten jetzt nicht die allergrößten klaren Toraktionen, deswegen sicherlich auch am Ende des Tages schon fast unattraktives 0-0, wo wir jetzt mit dem Punkt leben müssen und hoffentlich unseren Zuschauern am Wochenende, dann nach dieser englischen Woche mit wieder viel Belastung, mehr Möglichkeiten, wo sie aufstehen dürfen und dann auch googeln dürfen. Und wir haben uns über drei Punkte dann hoffentlich am Sonntag freuen dürfen, hier zu Hause vorbereiten dürfen. Danke. Fragen? Ja, ich hätte zwei, Johnny. Die eine, wir hatten gerade noch einen Janik Knutzfeld interviewt, der meinte zum einen, es wäre ein gewonnener Punkt, weil ihr Bremen auf Abstand gehalten habt. Würde ich wissen wollen, ob du das auch so siehst. Und die zweite Frage, gerade in der zweiten Halbzeit, Krimic hat es ja schon angesprochen, hat in Bremen noch einiges an, Spielanteilen, Janik meinte halt, ihr habt bewusst gesagt, ihr spielt tiefer, weil ihr nicht so die Bälle hinter die Kette zulassen wolltet. Da wollte ich noch die Anschlussfrage stellen, ist es auch irgendwie eine Kraftfrage, dass ihr dann nicht angriffspressen geht? War das der einzige Grund, dieser taktische? Oder ist es auch eine Kraftfrage, weil englische Woche, dass man dann nicht so früh drauf geht, weil er ja doch zweiter Halbzeit doch relativ viel Spielanteil im Gegner, auch wenn der jetzt nicht groß gefährlich wurde, überlassen hat? Ja, ich denke, dass wir das auch als Mannschaft und auch im Kollektiv genauso in der zweiten Halbzeit auch umgesetzt haben wollten. Wir hatten in der ersten Halbzeit nicht immer Zugriff auf den Spielaufbau, sodass wir dann auch ganz klar gesagt haben, wir haben gesehen, wie sie agieren wollen, wo der Ball vom Torwart dann auch letztlich landen soll und wollten diese dann zweiten Bälle etwas gezielter vorbereiten. Das war von uns schon auch gewünscht. Ich glaube nicht, dass es eine Kraftfrage ist. Wir könnten jetzt hierüber reden, dass wir einen Tag weniger Pause hatten als der Gegner. Dafür hatte der Gegner eine intensive Anreise. Ich glaube schon, dass man gemerkt hat, dass das sicherlich auch aufgrund dessen in der Schlussphase die Wechsel auch war, wo wir wirklich gute Fußballanweisungsträger durchtauschen mussten. Ein Faktor ist aber sicherlich geht es darum, auch eine neue Dynamik ins Spiel zu bringen durch die Wechsel und durch die Optionen, die wir dann hatten. Deswegen fand ich uns in der Schlussphase auch griffig und gut. Hinten raus nicht immer sauber und klar. Aber ich denke, dass die Mannschaft auch weiß, dass wir in diesem Spiel sicherlich nicht in ein chaotisches Verhalten kommen wollen, wie es beispielsweise im Hinspiel war und viele Chancen dem Gegner geben wollen und dann aus einer kontrollierten Defensive auch erstmal einen Ballgewinn haben wollen und ansonsten auch natürlich über Umschaltmomente kommen, was wir in den letzten Wochen auch ganz gut gemacht haben. Und deswegen hatte das eher taktische Gründe, primär die Stabilität in der Defensive zu fördern und da natürlich auch nach Ballgewinn gezielter die Räume zu bespielen, die wir dann auch gegen die Dreiecke des Gegners bekommen. Gewonnener Punkt? Ich habe gesagt, der Punkt ist viel wert, wenn wir das am Sonntag dann auch nochmal bestätigen können. Ich glaube, das ist natürlich eine intensive Woche. Jetzt in dem Moment ist es für mich erstmal so, dass wir den Punkt akzeptieren. Ob er dann viel wert ist und dadurch auch gewonnen ist, sehen wir dann am Ende der Saison. Aber ich glaube, dass wir zumindest mit einem Gefühl rausgehen können, dass wir einen direkten Konkurrenten hinter uns nicht rankommen lassen haben, sondern auf Distanz gehalten haben und dass wir auch zu Hause zu Null spielen können. Das ist, glaube ich, auch eine tolle Entwicklung der Mannschaft. Das darf man auch nicht vergessen, dass wir da zumindest einen Schwerpunkt jetzt haben. Und wir wollen natürlich gucken, dass wir jetzt so die Bausteine fürs Offensivspiel mit reinkriegen, dass wir auch wieder Tore hier zu Hause erzielen können. Ich fand die Anrufsphase richtig gut. Ihr hattet jetzt in zehn Minuten, da ihr zwei gute Chancen auch. Warum seid ihr denn so von eurer Linie so ein bisschen abgekommen? Habt ihr euch so viel mit Wirklichkeiten und Zweikämpfen? Hattet ihr zu tun, wirst ihr da ein bisschen mehr gewünscht, dass ihr bei eurer Linie geblieben werdet? Hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Wurde vorher auch besprochen. Wir wollten halt eben nicht Unruhe oder auch chaotische Spielphasen haben, Hektik reinkriegen, sondern wir wollten bei uns bleiben. Das ist uns dann zunehmend mit Verlauf der ersten Halbzeit nicht mehr ganz so gelungen. Dadurch wurde es hektischer, unsauerer. Viele Standardsituationen auch für den Gegner. Und ich glaube dann auch, vielleicht aufgrund dessen, vielleicht auch nicht, aber viele falsche Entscheidungen im Spiel nach vorne im Umschaltspiel getroffen. Ich glaube, wir hatten immer wieder eine gute Positionierung, die wir nicht gut ausgespielt haben. Aber ja, wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir sind auch gut aus der Halbzeit gekommen, wenn man die erste Aktion sieht, wie wir in der ersten Minute nach der Pause dann zum Tor kommen. Aber klar, über 90 Minuten ist es nicht genug, sich darauf zu verlassen, dass der Gegner keine Lösung findet, sondern wir wollen in 90 Minuten aktiv das Spiel gestalten. Und da haben wir uns heute sehr, sehr schwer getan. Herr Kmietsch, können Sie noch was zu der Anreise sagen? Ich hatte gehört, Sie waren etwas später da, weil Sie vom Elbtunnel standen. Und da wäre dann gleich die Anschlussfrage, wenn es denn so war, würden Sie darauf die etwas schwächere erste Halbzeit Ihrer Mannschaft im Vergleich zur zweiten Halbzeit zurückführen? Nein. Also natürlich war die Anfahrt ein bisschen turbulent. Ja. Schon in Bremen standen wir ein bisschen. Aber ja, da muss man rechnen, wenn man in der Woche spielt, wenn man nach Hamburg muss oder durch Hamburg oder an Hamburg vorbei, dann ist das immer so. Unsere Jungs sind überwiegend berufstätig. Da ging es auch nicht, dass wir vorher losfahren. Ja, der Schiebsrichter hat uns angeboten, dann müssen wir ein bisschen später anfangen. Aber war alles weit okay. War ein bisschen kürzerer, ja, war ein bisschen kürzeres, ja, ein bisschen kürzere Vorbereitung. Aber ja, das ist alles am Ende, am Ende ist das so okay. Von daher, weiß nicht, ob das jetzt ein Argument sein kann. Natürlich waren auch die Rahmenbedingungen, der Platz, bis die Jungs sich daran gewöhnt haben, das herbräuchten wir ein bisschen. Ja. Aber alles okay. Alles okay. In der zweiten Halbzeit, das ist das, worauf wir auch kommen können. Letzte Woche haben wir vier Stück gefangen. Wir spielen jetzt auswärts 0-0. Von daher ist das auch ein positiver Erkenntnis für unsere Rundschaft. Kurz nachfragen, wann waren Sie denn am Stadion und welche Uhrzeit? Wann haben wir hier? Viertel vor sieben. Viertel vor sieben, ja, okay. Na, haben uns beide mit dem Umziel. Das wäre auch ein Schmerz. Danke. Du hast Marc Wölthorne ins Bindefeld gestellt, Juri wieder hinten rein. Welche Idee steckt denn dahinter? Ja, zum einen Juris Qualität, die Mannschaft auch zu führen, die Wichtigkeit auch in den Spielen, einringlich auf dem Feld auch nachzuweisen. Also ich glaube, Juri ist als Persönlichkeit wichtig fürs Team auf und neben dem Platz. Das haben wir auch gesehen. Und die Möglichkeit hat sich jetzt auch ergeben, diesen Wechsel vorzunehmen. Wir wollten mit Marc und Ersin auch schon eine klare Zuordnung zusammen mit Kev und dann auch Manu im Zentrum haben. Deswegen glaube ich, ist das jetzt eher so, dass Juri und Marc auf ihren ursprünglich angestammten Positionen agiert haben und das auch ordentlich gemacht haben. Zuschauerzahlung? 390. 390, okay, danke. Gut, das kann man bei der Prankip, bei der Prankip, bei der Prankip, wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns am Sonntag. Dankeschön. Dankeschön.